Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Laut chromestats.com gibt es noch mehr als 50.000 Erweiterungen, die den alten Standard nutzen. Besonders betroffen sind Werbeblocker, die durch die neuen Standards Werbung nicht mehr so zuverlässig blockieren können. Reddit-CEO Steve Huffman hat in einer Analystenkonferenz angedeutet, dass bestimmte Subreddits in Zukunft kostenpflichtig werden könnten. Zudem kündigte er Tests mit einer neuen KI-Suchfunktion an. Diese soll Nutzern helfen, tiefer in ihre Themen einzutauchen und neue Communities auf Reddit zu finden. Die Plattform plant auch KI-Anbieter zur Kasse zu bitten, wenn sie die Seitendaten weiterhin scrapen wollen. Unternehmen, die nicht bereit waren, Lizenzvereinbarungen zu treffen, wurden bereits geblockt. Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll in Deutschland könnte 45 Jahre länger dauern als ursprünglich geplant. Das geht aus einem Gutachten des Öko-Instituts hervor. Demnach könnten die gesetzlich vorgegebenen Verfahrensschritte nicht bis zum angestrebten Jahr 2031 abgeschlossen werden. Selbst bei einem idealen Projektablauf müsse man damit rechnen, dass das Verfahren erst im Jahr 2077 abgeschlossen werden kann. China hat die ersten 18 Satelliten für ein Projekt ins All geschickt, das Breitbandinternet in China und befreundeten Staaten ermöglichen soll. Das Vorhaben erinnert an Starlink, das Netzwerk von SpaceX, welches in China verboten ist. Insgesamt sollen in diesem Jahr 108 Satelliten gestartet werden. Sie sind Teil eines ersten Plans für fast 1300 weitere Satelliten, die Breitbandinternet mit niedriger Latenz und hoher Geschwindigkeit bieten sollen. Chinas strenge Internetpolitik mit zahlreichen Sperrungen westlicher Seiten wird sich vermutlich auch auf diese Variante erstrecken. Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat kurz vor Ende der Olympischen Spiele eine Flugerlaubnis für Paris erhalten. Flüge mit den elektrischen Fluggeräten, die senkrecht starten und landen, sind unter anderem für den morgigen Donnerstag geplant. Ursprünglich hatten das Unternehmen und der französische Flughafenbetreiber Group ADP geplant, zu den Olympischen Spielen weltweit als erste einen Flugtaxiservice mit Passagierbetrieb anzubieten.